Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder dabei bist und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es genau jetzt, damit du ja keine Schnelligkeitsübungen und 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 mehr verpasst. Also jetzt abonniere! Ja, ich habe einen fußballspezifischen Speedparcours hier mit Sprüngen, mit schnellen Antritten, mit dem Pass und mit Abkippen nach rechts oder links, je nachdem auf welcher Seite man ist. Sehr, sehr spielenderfähig, wenn man zum Kopfball geht dort, aber auch gerade den Pass wieder zurück und dann zur Seite weg zu sprinten und das alles in einem Parcours. Was Besseres geht gar nicht. Probiert es einfach mal aus und gib mir gerne ein Feedback, dann würde ich mich natürlich freuen und bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!